Are you listening to me? Nee, ich war taub. Äh... Oh, das ist beschissen, Monster zu finden. Alle Truhen sind zu, warum auch immer. Hier kamen wir quasi her. Hm, guck mal auf die Karte. Ist da hinten noch was? Da ist das Viertel, der verlassene Friedhof. Wir können mal gegen das Viech kämpfen, aber ich will nicht verrecken. Kann doch nicht sein, ey. Ich laufe hier in Gasse, zu Gasse und nix. Geh mal hier runter. Nope. Hier sind wir ja quasi wieder in der Stadt. Naja. Nehmen wir den Zug, falls es möglich ist. So später nach den Viechern. Da rennt er rum und da ist nix. Da haben wir nur drei Stunden. Die müssen wir irgendwo rumkriegen. Alles klar. 100 Gil knöpfen die mir sogar ab. Wow. Dadurch, dass die Ladezeiten dementsprechend lang sind, wenn man es ordentlich auf die Festplatte installiert hat, kriegt man einen riesigen Text, den man lesen darf. Oh, nicht schlecht. Ich versuche, dass ich dich glücklich machen werde. Jusnan. Ich versuche, dass ich dich glücklich sein darf. Ja. Jusnan. Jusnan. Sarah, ich muss wissen, wenn ich sterbe, werde ich dich wieder sehen. Nicht, dass ich einen Recht habe. Ich glaube, wir kommen alle zu diesem Welt, alleine und das ist die Art, dass wir es nicht verlassen haben. Was hast du für einen Moment, Lightning? Du hast nicht viel Zeit, bevor das Welt endet. Das ist deine letzte Chance für Payback. Für den Mann, der nicht zu halten ist, dass deine Frau safe ist. So, jetzt ist es die Glittering City. Das ist wie Snow ihn sich heute Morgen interessiert? Ich weiß nicht, wie er es interessiert findet, aber es ist sicher sein. Use not is Snow's Town, jetzt. Ich weiß nicht, dass die Frau ihn der Patron nennt, und er läuft alles hier, insbesondere die Feast und Banquets. Ich habe gehört, dass er alle, dass er ein paar Zeit, was sie haben. Aber heute ist er, dass er in seinem Haus sitzt. Wer weiß, was er denkt. Wenn ich so, würde ich gehen und besuchen. Aber ich glaube, ich bin da nicht willkommen. Ich glaube, ich sollte mich auf meine Pünche haben. Nein, es war das richtig, was zu tun. Ich glaube, es war das, was er in der Zeit zu tun. Ich glaube, wenn du ihn mit ihm befestigst, er wird auf dich öffnen. Natürlich, es ist schon seit Jahren. Die Leute sind bereit, sich zu ändern. Die Jahre hat ihn verändert. Vielleicht. Der Schnee, den ich erinnere mich, war ein Optimismus. Almost so, dass er so glücklich ist. Er glaubte in alle, und so alle glaubte in ihn. Das ist, warum ich in der Endeffekte, Sarah erinnere mich, dass er ihn verraten hat. Aber während ich die Jahre in Crystal gewöhnt, er musste jeden Tag leben, vor dem Weltkrieg zu Ende des Jahres. Zentren, die all die Hoffnung aufzunehmen, die Leben passen, ohne ein Hinten zu gehen. Der Arme Snow ist so am leiden, oh. Die Zutaten für den großen Feast sind alle und jeden Tag, von early afternoon bis late at night. Es sollten viele Dinge sein, um dich zu schlafen und deinen Weg in die Richtung zu machen. Stütze dienen, okay. Drücke über die öffnete Karte. Vierheck, um Symbole einzusehen oder zu setzen. Alles klar. Es gibt eine Menge zu tun. Go, 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 lass mich hier an. Ja, das heißt, wir sind nie bald wieder. Schauen wir uns erstmal mal an, was es hier so gibt. Ach, das ist ein Vorplan, toll. Andere Seite. Oh, Chocolina. Die Geheimmaschinerie. Ich verdiene mein täglich Brot mit der Kunst der Alchemie. Ich brauche dringend Etterspulen. Disdemona, okay. Kennen wir Disdemona. Davon drei. Falls man die findet. Hier gibt es eine Menge zu erforschen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Rundumschlag Stufe 2. Oh, shit. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Hä? Warum hoppen? Ist ja Kampfgarnituren. Hier haben wir noch mit X noch den Rundumschlag. Perfekt. Okay. Hier können wir garantiert was trinken. Alles klar. Da werden wir ja noch sehen. So. Die Ausstatter. Die haben immer ganz tolle Sachen. Taufen. Ein Anzug. Nö. Brille. Nö. Das muss richtig was ausgefallenes sein. Nicht so was normales. Natürlich sind wir hier in Elfenschweif. Haha. Ist gekauft. Damit kann ich mich aber lustiges anstellen. Dämonenschweif. Wildschweif. Nö. Das ist so ein bisschen classy gehalten. Ich will irgendwas extravagantes. Richtig heftig geil aussehende Kostüme wie es gerade an hat zum Beispiel. Das ist gar nicht so verkehrt. What the hell? Da hat sich ein Viech in der Ecke versteckt. Haha. Ich hau daneben und er gibt mir einen. Na gut. Oh shit. Ey der ist ja total stark. Ich würde dich verrecken. What the fuck? Ja Flucht natürlich. Äh. You escaped from harm. But in the outside world. A whole hour has passed already. Ja das ist schlecht. Warum zum Teufel war das Vieh so stark? Das war ein ganz normaler Gegner in den alten Teilen. Okay. Vielleicht habe ich noch nicht so viel hier verloren in der Stadt. Haha. Möglich ist alles. Aber das war auch nicht der, den wir für die Nebenmission killen müssen. Jetzt müssen wir eigentlich zurück. Weil um 6. Fängt ja da alles an. Fuck. Ich weiß gar nicht mehr wo ich bin. Moment. Wir können uns doch teleportieren. Ah. EP-Fertigkeiten. Teleportation. Geht ganz schnell. So ist sichergestellt, dass wir um 6 Uhr da sind und dass wir die ganzen komischen Codes da finden können. Da können wir erstmal mit der Hauptmission weitermachen. Ich würde erstmal sagen, wir machen das so, dass wir erstmal eine Stadt komplett abschließen, bevor wir in die nächste gehen. Es sei denn, wir werden gezwungen hin und her zu wechseln. Ansonsten ist das, finde ich, ein bisschen blöd. Keine Ahnung, was das Vieh gerade war, aber es war ziemlich stark. So. 522. Das heißt, gleich tauchen die Dinge auf und wir finden die. Aber auf jeden. Und wenn das der gleiche Code ist, dann flippe ich aus. Suchen wir die Codes. ! Für die Sache. Mann! Gott! Arsch. Schau. Schauer.